Turbinen von Kraftwerken müssen einmal jährlich gründlich gesäubert und geprüft werden. Dafür kommen oft Sandstrahler oder aggressive Lösungsmittel zum Einsatz. Diese Vorgehensweisen sind jedoch zeitaufwendig und können die Oberflächen beschädigen. Das Start-up-Unternehmen Waterjet Technologies in Windisch hat für diesen Reinigungsprozess eine Hightech-Anlage entwickelt. Diese säubert Oberflächen schonender und bis zu zehnmal schneller als die bisherigen Verfahren. Die innovative Technologie wurde mit einer Automatisierungslösung von Siemens umgesetzt. Die Lösung mit dem Produkt von Siemens bringt den grossen Vorteil, dass alles aus einer Hand kommt. Sowohl Landtriebs- und Steuerungstechnik als auch Visualisierung und Wägetechnik sind in diesem einzigen System integriert. Die Wasserstrahlanlage funktioniert mit sanftem Druck, um die Oberflächen nicht zu beschädigen. Damit diese dennoch wirkungsvoll reinigt, wird im Wasser Korund beigemischt. Das zweithärteste Material, das es gibt. Das exakte Mischverhältnis ist dabei entscheidend. Weil aber der gebrauchte Korund wiederverwertet und in den Mischtank zurückgeführt wird, verändert sich dieses ständig. Die Simatik ET200S-Steuerung muss die Anteile kontinuierlich messen und korrigieren. Wenn nötig, wird mehr Wasser oder Korund beigemischt, bis das exakte Verhältnis wieder erreicht ist. Das harte Material Korund ermöglicht eine effiziente Reinigung bei niedrigem Druck. Seine reibende Wirkung setzt jedoch der Pumpe zu. Der Synamix G120 Frequenzumrichter und die Simatik Steuerung kommunizieren via Profinet eng miteinander. Sie warnen den Anwender über ein Display an der Handlanze, wenn Verschleißteile ersetzt werden müssen oder stoppen die Pumpe bei Verstopfung sofort. Unsere Wasserstrahlanlage ist seit einiger Zeit erfolgreich im Einsatz. Siemens hat uns als Lieferant kompetent und tagkräftig unterstützt. Es wird weiter geforscht. Zusammen mit der Partnerfirma Waterjet in Arwangen werden Tests durchgeführt und neue Einsatzfelder für die Wasserstrahlanlage geprüft. Wir testen zum Beispiel im Bereich der Medizinaltechnik. Dank der Wasserstrahltechnik werden Oberflächen von Implantaten aufgerollt, damit sie besser mit dem Knochen verwachsen können. Als verlässlicher Technologiepartner unterstützt Siemens auch in Zukunft Firmen wie Waterjet Technologies und damit auch die Entwicklung von innovativen und effizienten Technologien.